also in der jetzt war das war die arti jetzt stelle ich mich dahin dann kannst du die große scheune unterbeschissen am besten so dass ich abhauen kann also wenn ich hier noch mal drehen kannst du nicht sehen guck mal da läuft einer zwölf uhr westlich ja den kannst du knacken ja ja die sind da sind welche genau westlich jetzt 280 ich kann nicht bei mir dreht sich das ding nicht mit dem fahrzeug vor dem punkt direkt ganz viele vom punkt ja ja 140 123 20 die laufen da immer wieder durch den rauch ja genau ich meine mg bei dir aufstellen da ist wieder einer aufbauen kann ich meinen mg-paar das wäre rund tot oh oh das war ein panzer oder so ich werde vom punkt beschossen ich bin schon verwundet direkt auf dem punkt ist irgendwo einer ja hier am fenster haus für erstes fenster rechts ballereien ja genau da der ist hier noch hab ihn so ein frechdachs wie kann der hier auf dem punkt sein guck mal wie viele leute von uns hier sind ich glaube tatsächlich am fluss hätten wir viel spaß froschi jetzt weil die kommen fast ja in die rübe werfen jetzt mal jetzt zurück beim zusammen ganz Was schießt er denn auf mich? Die sind schon hier vorne Wo ist der denn auf mich schießen? Jetzt haben sie mich Vor uns fährt was? Was denn? Ein Panzer? 1 Uhr, ich weiß nicht was Glaub mal LKW Ne, ein Jeep Hier Gleich rechts Ich kann nicht drehen Den Typen doch hast doch ausgesaftet Der hat schön platschi platschi gemacht Links ist ein Panzer irgendwo Ist zu nah, zu nah Da steht er Der ist dahinter halt Rechts ist die Straße Rechts an der Straße ist weit Fahr zurück Wo ist der Panzer? Ich sehe ihn nicht Doch da Stopp Stopp Wieder vor Ich kann ihn knacken Rechts die Straße Das ist aber ganz viel fahrend Das ist aber ganz viel fahrend Dann steckt man Zurück 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 Der sieht uns Oh ja, schön Wieso konnte ich nicht knacken? Ja, da ist wieder Infanterie Ein, zwei Uhr Ja, ich lad um Wir können ihn irgendwie nicht knacken Oh ja, ich sehe sie schon Oh ja, stopp mal, stopp mal, stopp mal Bye, bye Boss, let's go down already Ja, ein Uhr, genau Ein Uhr, genau Im Wald Oh ja, ist schön Oh ja, ist schön Ja Raum davor Warte mal, ich fahr ja mal ein Stück vor noch Ganz sicher noch schießen Und dann drehe ich die Schnauze noch ein Oh ja, das ist gut Das ist ein MSP BAM BAM An der Mauer am Punkt laufen sie Mauer am Punkt Ja, ich glaube jetzt hast du einen Busch davor Da habe ich das MSP hier Weiter links Ich seh das, ach doch, doch ich seh das MSP Kannst du auch zu schießen Kannst du aber auch stehen lassen, dann kommt die schön Wollte grad sagen Im Rauch wieder, rechts Rechts im Rauch Ich seh ich nicht Ich seh ich ihn auch nicht mehr, jetzt hüpft er hoch Hä? Die hüpfen hoch, die Mauer Das ist ein Stück profan Achso Sehen wo ist das? Achso, ich seh da nichts Ah ja, jetzt seh ich sie Müsste weg sein Spawn die wieder fleißig Jetzt kann ich aufs MSP nicht mehr richtig schießen Jo, gut so Nö, noch das Ding Weiter rechts im Wald Ich seh Bei der ersten Rauchwolke dahinter Weil der enemy Captain Ne, noch weiter rechts Bei der ersten Rauchwolke Dahinter, ja Ja zwischen die zwei Rauchwolken Jetzt dazwischen Ach da Ach da Ups Salda Dahinter hat's gleich noch einen mit zerfetzt Oh ja, hinterm MSP jetzt Ein bisschen Weggefetzt Haben sie ihn verloren? Aber warte, 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 warte Warte, warte Warte, warte Dennoch Oh, jetzt fahren sie es weg Ja Was? Kannst du nicht zerschießen, ne? Mit HL kann man keine mehr zerschießen oder was? Ja, das Ding, das streut halt übelst Also du müsst halt Recht viel treffen Und die streut wie scheiße Hat aber nicht geschossen, der Limmel Kannst du eben mal die Straße runter gucken Oh ja Oh, da hinten war ein Stackhauen Fahr mal zurück Der fährt hinten rum Fahr mal einfach gerade zurück Jo, gerade, gerade, gerade Jo Dreh schon mal Da ist was geplatzt Ja Stopp! Wo ist er? Wo ist er? Mal gucken, ob er hier kommt Da ist da einer im Bunker Ja, ich seh's In dem Bunker Ja, ja, ich seh's Scheiß, muss umladen Da, ne? Oh ja Hopp Wo ist das? Der kommt Komm mal wieder an die Strasse vor Ich glaub da gibt's mehr Schmaß Ah, pot 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 Oh Oh Nebel Oh Schießt aber was, ne? Oh, bin dort Oh ja, dann fahr ich zurück War da jetzt noch nicht von uns? Ne, ne, er hat über die Strasse geschossen, war ein Scharfschützer Über die Strasse? Ich hab's gesehen Ich hab aber nicht damit gerechnet, dass er dich trifft Jetzt kommt der Daimler Äh, irgendwie ist mein... Kannst du uns zur Seite drehen? Und wieder... Ja... Ja... Kann der nicht... Kann der nicht... Ich hab' ihn, ich hab' Ist ja schön Ja, der brennt auf jeden Fall Fahr' den mal hinterher Ja, fahr' mal Auf jeden Fall hat er gebrannt Auf jeden Fall hat er gebrannt Ja... Ja, was halt noch machen Geh Hast auch Infantrie, Achtung Bisschen zurück, bisschen zurück, hab'n Baum Jupscht Jups, sehr schön Infantrie-Sauwecker Hab' ihn zerstört Diese Kacken, der Sack Bist du noch da? Ja, da ballert's auch öfter mal so Und Garant hör' ich da öfter Ja... Oh ja, scheinbar was Ja, ne ne, einen hab' ich Haha Ist der Arm weggefetzt Ja, we can Ist das hier vorne? Deutscher? Ist das ein Deutscher? Ich ja... Da oben! Ja, ja, ja Jup, 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 weggefetzt Das... Didn't work Da oben ist noch einer Jup, den haben wir auch Schon weiter gefahren Oh, da hinten seh' ich se laufen Okay Oh, jetzt muss ich umladen Und schaff' nicht mehr Oh ja Ja, war nur einer Ein Radioman war das Hä, guter, falls da jetzt ins Quartley setzt Ja Ja, zurück, 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 zurück Ich lad' um Auf mich hat halt wieder ein Scharfschütze geschossen, ne? Okay Alles scheiß Ja Ja, bist du weg? Bist du tot? Ne, ne, ich muss aber aussteigen Ich hab' unten Ich muss umladen Oh, der ist tot So schön, da steig' ich wieder ein Da möchte ich nochmal noch schnell ne Packung Der ist auch weg Ich komm' von hinten Die sind bei dem Hotel, da wo der Radioman ist Die kommen von hinten So, dann mach' ich nen Schulterblick und dann fahren wir da rüber hin Hm Ich denk' mal, die sind schon an den Häusern hier Das ist das Problem Hä? Zu einem der Space, heiß Oh ja, ich seh's Stopp, 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 stopp Steig Mauer ist weg Steig mal kurz aus und deck mit der MP Da, wo ich hinschieße, hinter der Mauer liegt einer Genau da Du musst halt einmal am MSP sein, ich weiß nicht, ob du mal ringsrum pflügen willst Äh, wo ist das? Ach nee, weil die Zone neutral ist, oder? Ja, ja Daran kann's auch liegen Ich weiß nicht, ob ich ihn erwischt hab' Nee Und tot Wo ist das? Und zack mich halber Äh, ich hab's gehört, ich weiß einfach noch nicht, wo er ist Ich kann dich holen, ich hol' dich jetzt Oh, jetzt schießt er auch auf mich Ja Aber ich weiß nicht, wo er ist Ich weiß auch nicht, keine Ahnung Der ist am MSP Und instant Ja Ja Scheiße Er ist am MSP, ja Der ist tot Der ist am Hotel Der ist am Hotel Was auf der anderen Seite? Wo? Ich seh ihn auch nicht, what the heck? Oben auf dem Dach Ich hab'n, Heddy Loll Ohhhh Schnapp dir die Kache, bevor die einander wegfährt Ich spawn einfach neu, oder Lass mich von dem aufheben hier Nein, er ist vorne Ich brauch einen, der dreht Musst du, ich schaff's nicht Shit Oder? Du musst drehen, du musst drehen Ja, das war's Warte, warte Scheiße, ich hab keine Ausdauer Jo, dreh, 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 dreh Ich bin da Rechts, rechts, rechts Oh ja, der hat's nicht Hier Loll Ich bin nur eingestiegen Sorry, ich weiß nicht, was er verpackt ist Ah, der ist down Der ist down, ja Der Infanterist lebt noch Äh, schicken wir hart Oh, Mann, man bewegt sich das Ding Ja, bin nur eingestiegen Oh, da steigen wir raus Äh, direkt 12 Uhr ist einer an der Mauer Was? Ja, 12 Uhr ist so ne Treppe Ja, kann ich nicht schießen Ich kann nicht 12 Uhr schießen Jo Ziehst du die Treppe? Ich schieß gar jetzt Irgendwie war tot Da war ne Arterie jetzt Let's go Ja, klar ist keine Chance Ja, ichему Ich bin auf, das ist das Ich bin auf, das ist das Das ist das Ich bin auf, das ist das